In der Notsituation, dann sollten wir uns erstmal auf ein Krotwort einigen. Was halten Sie davon? Wir hätten noch Hotdog. Hotdog? Das prägt sich doch ein. Und jeder mag Würstchen. Es sei denn, Sie sind vegetal. Dann wäre es Gemüsereis. Ich habe den perfekten Arbeitsplatz für Sie. Wir schützen den Sitz unseres Staatsoberhauptes. Wir schützen die Tür zum Treppenhaus. Sie wird nicht mit dir ausgehen. Mädchen erkennen Jungfrauen am Geruch. Ich bin Widder. Ich rede nicht vom Sternzeichen. Weißt du an, wie du mich erinnerst, Kleiner? An meine Tante Helga. Du siehst dir sogar ein bisschen Ende. Die Beine sind suspendiert. Raus! Was haben Sie jetzt vor? Ich finde das Mädchen und Hunde in meinem Chef zurück. Das klingt fantastisch. Kannst du die Bildsequenz nochmal ablaufen lassen? Den ganzen Abend. In 18-Fahrer-Geschwindigkeit. Stab. Das Tattoo ist einer der Entführer. Woher weißt du das? Fotografisches Gedächtnis. Eine Laune der Natur, aber eine sehr gute Laune. Sag mal, gab es in deiner Schule auch nur ein Kind, was nicht schreiend von dir weggelaufen ist? Nein, kein einziges. Der benimmt sich wie meine Tante und sieht auch so aus. Dann sieht ihre Tante aber verdammt gut aus. Wenn du das hier knackst, dann küsst er dich auf Zunge. Okay? Nein, das ist nicht okay. Jede Frau mit ein bisschen Selbstachtung würde ihnen sagen... Okay. Helga! Helga, ist hier irgendwo eine Helga? Wenn du irgendeinen Scheiß brauchst mit meiner Tochter, dann lasse ich dich verschwinden und sorg dafür, dass es aussieht wie ein Unfall. Was ist der? Das Ding ist kugelsicher. Da könnt ihr ballern, soviel ihr wollt. Geht das denn? Was ist das denn so? Die Junge, der braucht echt eine Paartherapie. Hot Dog. Wie bitte? Hot Dog. Wiederholen bitte. Hot Dog. Ersteine Siegurte. Ich brauche ein paar Ausklafte. Das ist aber nicht so leid. Was hat er gesagt? Entfernt euch von hier, ihr Liebhaber hariger Ärsche. Das hat er gesagt. DERRÜKER 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 Bis zum nächsten Mal.